Wir haben gerade einen Schrei gehört, das könnte die Frau auf dem Bild sein. Eigentlich müsste theoretisch jetzt, ich habe den Schlüssel noch verändern. Geht nicht auf, scheiße. Jetzt kommt hier diese Panik, der nun liegt oder so. Taschenlappe stört jetzt, die ganze Stunde draußen. Aber ich werde sie trotzdem mal wegpacken, oder? Nein, das ist so dunkel. Lass mich da mal an. Ich habe irgendwas gehört, ich weiß nicht was. Hinter mir war ein Geräusch. Weil ich hatte nämlich auch noch mein Gamer Headset drauf. Turtle Beach XL1. Das Ding hat auch nur 33 Euro, das geht ja eigentlich auch schon falsch. So, Mama. Ey, der Slender würde so schön streichen. Okay, warte mal. Ich habe ein Spiel für Slender. Eins, zwei, Slender kommt vorbei. Drei, vier, er packt mich vorne hin. Und hier ist die Zelle Nummer 3. Wie ich schon gesagt habe, ich kann kein Englisch. Also werde ich das einfach nur mal wegblenden. Jetzt haben wir hier insgesamt schon 11 Minuten auf. Vielleicht passt das ja, dass ich eigentlich auch. Aber wenn das länger werden sollte, dann wird das nicht mehr. Na gut, können wir aus. Wir verlaufen. Döööööööööööööööööö. Ich bin frei. Oh, ihr seid scheiße. Ich bin abdrücklich. Das scheiße. Ach, Gott. Warte, ich habe... Okay, wird wahrscheinlich nicht ruhig zu tun. Die Musik hat aufgehört. Ich bin ein bisschen komisch. Ein bisschen nett ruhig ist das irgendwie. Wir haben einen Schrei gehört. Ey Leute, da oben. Wenn ihr es sehen solltet. Da oben. Da steht Slender. Wollen wir mal hingehen? Ähm, jetzt ist er weg. Okay. Leute, Slender beobachtet uns. Guckt ein bisschen neugierig. Kann ein bisschen langsam laufen. Dann wird es noch ein bisschen länger. Dann kann ich da durch die 10 Minuten Parts aufs Buchladen. Weil, irgendwie die Merkwürdig, dass... Warte jetzt. Ähm, ich glaube, da ist gerade dieser Generator erschienen. Ich weiß nicht. Irgendwas ist gerade passiert. Ja. Das ist eben ein letztes Slender. Alter, ich hab Angst schweiß, ey. Wenn ihr es hören wollt. Da kann ich schwer beschreiben, wie das ist, ey. Wenn man jetzt selber... Ich weiß selber. Wenn man nur zuguckt, ist das nicht so erschreckend, als wenn man das selber da ist. Ich erlebe die Erfahrung jetzt selber. Wenn es euch gefällt, könnt ihr einen Daumen hoch machen. Wenn nicht, könnt ihr einen Daumen runter machen. Oder vielleicht auch kommentieren. Sag ich mal... Äh, also... Das liegt bei euch. Ich zwinge niemanden, dass er Kommentare machen soll. Ich bitte natürlich rum, weil... Mit Kommentaren weiß ich immer genau, wenn ihr euch nichts interessiert. Weiß ich nicht so nach. Wenn ihr hier mal vergessen haben soll. Es wird mich schon interessieren, was ihr denkt. Ihr könnt meinetwegen... Keine Ahnung. Ihr könnt, sag ich mal... Ähm... Ihr könnt es liken. Liken wir eigentlich mal. Wenn ihr nicht wisst, wieviel ich dann habe. Aber ne? Weil... Hier ist ein Haus. Äh... Mama. Mama. Was ist das denn? Hilfe. Ähm... Hier ist ein Haus. Ich weiß jetzt aber nicht... Hehehehe. Wenn ich da reingehen soll, dann nicht. Ich guck mal nach. Guck mal nach. Das Rand ist raus, ne? Ey, das ist merkwürig, Leute. Ich... Ich... Ich geb dir jetzt echt sicher nicht zu, ey. Also das Haus... Ich hab das gestern mal angestellt. Das Haus stand hier noch gestern noch gar nicht. Leute. Ey, ehrlich. Ich erzähl für euch keinen Scheiß. Gestern, wo ich das kurz angestellt hab. Weil ich mal sehen wollte, wie das ist. Wie wir wissen. Alles klar. Bisschen neugierig und so, ne? Das Haus stand hier gestern noch nicht. So. Leute. Ich geh mal rein. Ähm, Leute. Ich verfiss mich. Auf den Scheiß hab ich keinen Bock. Habt ihr das gesehen? Da heult jemand. Ähm. Ja. Ich geh natürlich da nicht weiter, weil ich hab... Äh, weiß ich nicht. Ich hab... Also erstens. Das Haus stand hier gestern da noch nicht. Ich weiß nicht. Ich glaub das wird immer neu generiert oder so. Keine Ahnung. Ja. Oder wenn man einiges erledigt hat. Ja. Ihr könnt, äh, das Spiel selber runterladen als Demo. Und könnt selber mal erfahren, was passiert, wenn da diese Gestalt, die man grad gesehen hat, die auch da angefangen hat zu heulen. Ich weiß nicht, was das... Ich weiß nicht, was passiert ist, oder? Ich weiß jetzt auch nicht, wenn ich da jetzt... Ähm. Hau bei deinem Haus jetzt weiß ich noch mehr schon die Viecher waren. Oder schon die Gestalten. Ich weiß jetzt nicht ungefähr, was das für ein Vieh war. Kann ja auch ein Monster sein. Kann auch ein ein Grauen sein. Keine Ahnung. Ich will's ehrlich gesagt auch nicht erfahren. Aber ich kann nur sagen, dass es das gleich zu Ende ist. Wie spät ist er denn schon? Siebzehn Minuten. Wie weit das denn? Ich hätte einfach noch dir was schenken können. Naja. Ähm. Siebzehn Minuten habe ich jetzt aufgenommen. Warum? Wenn ich an diesem Buch gehe, sollte ich das jetzt... Nein, ich darf nicht mehr. Hahaha. Ähm. Ja. Also, wenn es euch gefallen hat... Könnt ihr jetzt ja nicht das Buch benutzen. So. Da steht... Das war dann... Ja. Das war dann... eine Szenen. So. Das Spiel kostet... Das Spiel kostet... Zehn Euro. Man kann es sich kaufen. Also, wenn es euch gefallen hat... werde ich es mir holen vielleicht als nächstes oder vielleicht auch als übernächstes mal gucken, wenn ich Zeit habe die beiden Skyviews, die ich heute hochgeladen habe die könnt ihr gleich mal angucken in der Beschreibung habe ich in Part 4 von Skyviews habe ich ein Spiel reingeschrieben und in Part 5 habe ich ein Spiel reingeschrieben in der Beschreibung welches ich danach noch let's playen soll also das lasse ich euch überall lassen ja, das war dann wohl mal ein bisschen näher Haut!